Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Backslide des Bundesliga-Orakel auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingestellt hast hier auf dem Sonntag. Bochum empfängt heute den großen FC Bayern München. Und können die Bochumer die Bayern ärgern? Ich glaube nicht. Aber im Fußball ist alles möglich. Im Fußball ist alles möglich. Ich bin gespannt. Vier Stickertütchen sind am Start. Ich sage, das wird ein 0 zu 3 für Blau-Weiß, Rot-Weiß für die Bayern auf jeden Fall. Ich glaube, dass da Bochum nicht viel zu melden haben wird. Aber die Bochumer können mich gerne eines Besseren belehren. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Bochum 3-0 gewinnt, sage ich euch, wie es ist. Aber realistisch wäre er 0 zu 3 aus meiner Sicht. Was sagt ihr? Schreibt eure Tipps in die Kommentare. Und dann gehen wir rein. Und ihr könnt auch auch ganz entspannt gerne mal auf TikTok vorbeischauen. Da heiße ich auch PAX United. Wir starten rein mit dem VfL Wolfsburg. Dann Union Berlin. Mainz. Und da sind die Bayern. Und da sind die Bayern. Das ist der Wottergeber. Und 2 zu 1 für den Rekordmeister aus München. Oha. Milos Bantowicz. 1 zu 1. Das geht nicht schnell. Das ist die direkte Antwort. 1 zu 1 Ausgleichstreffer. Hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht erwartet. und ich sag ja im fußball kann alles passieren und im fußball kann auch alles passieren nämlich das und das ist ein überragendes spiel wenn das so nicht passiert gleichen wieder aus die bayern zweimal in führung und die bayern schaffen es nicht die führung weiter auszubauen oder die führung zu behalten zwei zu zwei und wir gehen rein in halbzeit nummer zwei volksburg nürnberg meisterschaft das typische bayern die kriko mannschaftsfoto es ist aber trotzdem das tor es ist trotzdem das tor und das ist das 2 zu 3 für münchen letztes pack mainz union leipzig das ist freiburg das ist heute führt das ist leverkusen das ist kids club und das ist noch mal kids und das heißt die bayern gewinnen mit einem knappen ergebnis das ist das 2 zu 3 trotzdem sind es drei punkte lassen leichter lassen aber eure tipps in die kommentare und dann bin ich jetzt raus und dann sehen wir uns beim nächsten video tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.